So, hallo Leute, mein Name ist Fabio und heute gibt es nur mal ein ganz kurzes Update-Video zur, ja ihr wisst schon, was weiß ich, Wette von John McAfee. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der liebe John McAfee, außerdem auch Präsidentschaftskandidat für dieses Jahr als Präsident für die, ihr wisst schon, für die, wie heißt denn, Vereinigten Staaten von Amerika, ganz genau. Genau, dementsprechend eine sehr, sehr große Größe hier im Kryptospace. John McAfee, auch der Gründer dieses Antivirenprogramms, was vielleicht der eine oder andere kennt, ist bei manchen Herstellern tatsächlich schon vorinstalliert, war damals bei mir auch so, mittlerweile zum Glück nicht mehr. Ich habe dieses Antivirenprogramm nicht gemocht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber das ist nicht das, worüber ich heute reden wollte. Der liebe John McAfee hat eine Wette aufgestellt, die sehr, sehr berühmt wurde. Darum ging es darum, dass Bitcoin bis Ende 2020, also Ende dieses Jahres, die eine Million Dollar erreichen sollte, ansonsten würde er seinen Pönis im TV, also hier im Fernsehen, essen. Ja, das ist auf jeden Fall die Wette dementsprechend. Und jetzt hatte ich hier heute einen Tweet rausgehauen, am, oh, sogar vorgestern, wenn ihr das Ganze hier seht, ihr seht es am siebten. Ich habe jetzt auch vergessen, den Dingern zu machen, hier oben, ihr wisst schon, die, den, ach, hier, ihr wisst schon, den Ticker, ich mache mal kurz an. Ein Video ohne Krypto-Ticker, das wäre echt eine Katastrophe. So, auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Jedenfalls hat er heute, beziehungsweise vorgestern, wenn ihr dieses Video seht, am 5. Januar gepostet, eat my dick in 12 months, also soll ich meinen Pönis in 12 Monaten essen oder werde ich das in 12 Monaten tun? Ähm, die Antwort ist eigentlich ganz einfach, er wird es nicht machen. Er vergleicht hier dementsprechend mit Bitcoin als eine veraltete Technologie. Er sagt, er hat es nur gemacht, um mehr Leute in diesen Space zu bringen. Ähm, er vergleicht Bitcoin mit dem Model T, also mit dem Ford Model T. Das war eines der ersten Autos, die, ja, sagen wir mal, für die Masse an Leuten erschwinglich war und auch von vielen Leuten genutzt wurde. Und ich finde es auch immer wieder interessant, jetzt kleine Realtalk am Ende, ich finde es auch immer interessant, wie diese alten Technologien funktionieren. Ich würde jetzt nicht sagen, Bitcoin ist eine alte Technologie, sondern zum Beispiel ein Ford Model T. Ich habe mir auf YouTube schon einige Videos dazu angeguckt, weil ich einfach wissen möchte, wie funktioniert dieses Auto, wie war es damals, solche Autos zu fahren. Und ich finde es wirklich sehr, sehr interessant. Also ihr könnt es gerne mal eingeben, es unterscheidet sich enorm von den heutigen Autos. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Trotzdem würde ich mir nie im Leben ein Model T kaufen. Es ist ganz einfach, es klingt ein bisschen, wenn man so sagt, Model T klingt ein bisschen nach einem Tesla, aber nein, es ist ein uraltes Ding. Gibt schon seit über 100 Jahren und egal, ob es jetzt noch welche gibt, die fahren oder nicht, es ist einfach sehr ungewohnt. Und ich würde es nicht machen, ich finde es aber cool. Jedenfalls sagt er hier auch, dass die neueren Blockchain Privacy haben, Smart Contracts, Debs dementsprechend. Also sieht man alles hier, was er eben hier postet. Und dann fragt er, ist Bitcoin die Zukunft? Und was der Herr John McAfee sicherlich weiß, ist, dass es Second Layer Technologien gibt, dementsprechend für Bitcoin, die auch Smart Contracts erlauben werden in der Zukunft. Vielleicht auch Debs, man weiß es noch nicht so genau, aber Smart Contracts und Debs gehen ja manchmal Hand in Hand, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Bitcoin für alles jemals genutzt wird. Und ich bin auch kein Bitcoin-Maximalist im Sinne von, ich habe jetzt nur Bitcoin, sondern ich erweitere in letzter Zeit meinen Horizont immer mehr gegenüber anderen Kryptowährungen. Und ich werde wahrscheinlich 2020, habe ich mir auch vorgenommen, nicht nur Bitcoin kaufen. Ich glaube 2019 habe ich unter anderem sehr viel Bitcoin gekauft und ich glaube 2020 sollte ich mich vielleicht wieder darauf besinnen, vielleicht auch anderen Technologien eine Chance zu geben. Also zum Beispiel gerade Ethereum. Ich weiß, dass die noch eine Weile brauchen, bis Ethereum 2.0 kommt, aber ich sehe da Potenzial. Wenn es funktioniert, dann wird es wahrscheinlich ganz gute Renditen bringen. Und das finde ich cool. Ich sehe Ethereum nicht als Währung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ethereum ist eine Plattform für Smart Contracts und Debs und das ist sehr, sehr cool. Ich denke aber nicht, dass wir in der Zukunft mit Ethereum bezahlen. Ich denke aber, dass wir vielleicht Coins oder, es gibt ja schon Stable Coins, sagt man so, auf Ethereum Basis. Also, dass man vielleicht damit bezahlt und Ethereum hodelt, wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Oder das ganze DeFi-Thema. Also das geht mit Smart Contracts alles und ist beim Bitcoin momentan einfach nur nicht möglich. Genauso mit dem Lightning Network. Das Lightning Network funktioniert eigentlich schon ganz gut, aber es gibt immer wieder dieses Zentralisierungsproblem oder das Problem mit den Custodial Wallets. Das bedeutet quasi, dass wenn ich jetzt gerade ein Lightning Wallet aufmache, beziehungsweise ein Wallet benutze, dann ist es auf dem Smartphone meistens so, dass ich auf jemand anders angewiesen bin. Also nicht meine eigene Note benutze, nicht meine eigene Lightning Note, sondern die zum Beispiel von der Blue Wallet. Und dann ist immer die Sache, gehören die Bitcoins wirklich mir? Ich habe ja letztens ein Video gemacht mit dem 3. Januar, Proof of Keys. Gehören die Bitcoins wirklich mir, wenn ich sie nicht oder wenn ich die Private Keys dazu nicht habe? Ist immer eine ganz andere Geschichte. Aber dementsprechend interessant. Also ich denke, Bitcoin ist eine tolle Währung im Sinne von, ich kann mit Bitcoin tagtäglich bezahlen mit dem Lightning Network. Würde funktionieren, ist natürlich noch nicht convenient, das benutzen sehr, sehr wenig Leute, muss man dazu sagen, aber es würde funktionieren. Das ist nicht so, als wäre es jetzt so, nee, das funktioniert jetzt nicht, keine Ahnung, das kann man nicht machen, sondern es funktioniert tatsächlich. Man könnte es benutzen. Es ist umständlich und das werden die meisten Leute auch jetzt noch nicht checken, wie das Ganze funktioniert. Und ich denke, auch in der Zukunft wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis Bitcoin, sagen wir mal, massentauglich ist. Das war ja auch mit dem Internet so. Vielleicht kennt ihr ein oder andere dieses berühmte Interview mit Bill Gates, wo er gesagt hat, ja, ich glaube, es wird in jedem Haushalt mal einen Computer geben und so weiter. Dann gab es die Ersten, die gesagt haben, die ganze Welt hat doch eigentlich nur einen Bedarf von fünf Computern auf der ganzen Welt und was weiß ich. Und das Internet wird niemals groß und was weiß ich und man sieht, was daraus geworden ist und man weiß nicht, ob sowas mit dem Bitcoin funktioniert, ob es vielleicht Assets gibt, die sich ähnlich wie an Gold dementsprechend mal an Bitcoin orientieren oder an Bitcoin heften. Stichwort ist da dementsprechend der Goldstandard, der ja leider abgeschafft wurde vor einigen Jahrzehnten schon, aber es gab sowas, der Goldstandard. Und dementsprechend wurden damals US-Dollar mit echtem Gold gedeckt. Jedenfalls hat das die US-amerikanische Regierung so behauptet, dass die gedeckt wären. Ob das jetzt wirklich so war, keine Ahnung, aber ja, mal interessant, warum die überhaupt den Goldstandard abgeschafft haben. Ich gehe davon aus, dass sie es nicht gedeckt hatten, aber ist alles nur eine Verschwörungstheorie, man weiß es ja nicht. Und ich möchte jetzt auch niemandem was unterstellen, es ist jetzt lange vorbei und es ist schade, dass es sich so entwickelt hat, ist aber leider so. Und die Frage ist, ist Bitcoin das Model T der Kryptowährungen? Und ich muss ganz klar sagen, ich denke, die Entwicklungen beim Bitcoin sind positiv, die wir momentan sehen. Da gibt es aber ein kleines Problemchen, was ich immer wieder vor Augen habe. Momentan ist es noch nicht so, aber ich habe 2017 miterlebt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch auch schon im Cryptospace waren, als 2017 so war. Also Ende 2017 war es mit den Gebühren wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe da teilweise 50 Dollar oder so für eine Bitcoin-Transaktion bezahlt, mit Exodus muss man dazu sagen. Und bei Exodus kann man ja sowieso die Fees nicht einstellen. Mit dem hier Bitcoin Core Wallet hätte ich die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Und da hätte ich dann auch wirklich ein bisschen Geld sparen können, um ehrlich zu sein. Und das wäre natürlich auch cool gewesen, weil hier Bitcoin Core hat unter anderem Replace by Fee. Hatte Exodus auch nicht. Also die Exodus Wallet ist eigentlich schon eine ganz gute Wallet, aber blöderweise hat sie manche Funktionen nicht, die ich mir gerne wünschen würde. Dafür ist sie unglaublich einfach, für jeden verständlich, denke ich mal. Ist immer so eine Sache. Momentan bin ich ja sowieso nicht der Bitcoin-Sender. Früher war das ein bisschen anders, da habe ich mir teilweise Sachen mit Bitcoin gekauft und so weiter. Auch teilweise in Cloud-Mining investiert, ganz großer Fehler, aber ein ganz anderes Thema. Und jetzt habe ich ja momentan sowieso mein Ledger, also mit Exodus ist es jetzt schon ein paar Monate nichts mehr. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr cool. Und ich finde auch, die Zukunft von Bitcoin könnte positiv sein und wird wahrscheinlich in nächster oder naher Zukunft noch positiv sein. Die Frage ist aber, ob wir irgendwann das Problem mit den Block-Sizes lösen. Weil ich glaube, das ist ein Problem und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Problem von Bitcoin. Denn um Lightning-Channels zu machen, und Lightning ist schön und gut, aber wenn irgendwie niemand so ein Channel aufmachen kann, weil On-Chain-Transaktionen zu teuer sind, dann bringt einem das ganze Ding auch überhaupt nichts mehr. Also die Frage ist immer, kriegt Bitcoin das Skalierungsproblem so ein bisschen gelöst oder wird vielleicht Bitcoin nochmal geforkt oder wie wird das Ganze ablaufen? Man weiß es nicht. Und ich denke, wir haben dieses Problem. Und ich denke, die Block-Size ist eine unserer größten Probleme, die wir beim Bitcoin haben. Und es gab schon mal Versuche, die Block-Size zu erhöhen und die sind nie geglückt, sagen wir es mal so, weil wir haben immer noch das 1 Megabyte Block Limit. Also ich glaube auch nicht, dass 2 Gigabyte oder so die Lösung sind. Auf keinen Fall. Bitcoin SV macht da den Schritt in die falsche Richtung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oder das irgendwie einprogrammieren könnte, was eventuell auch funktioniert, da bin ich mir nicht sicher. Ich bin tatsächlich kein Blockchain-Developer, aber theoretisch lässt sich so gut wie alles technisch umsetzen, sagen wir es mal so. Es ist ja auch meistens so, alles, was sich technisch umsetzen lässt, wird gemacht. Die Frage ist immer, ob dann bei diesem Projekt das Ganze auch stattfindet. Also man hat es ja gesehen, Block-Size erhöhen geht ja dementsprechend, siehe Bitcoin SV. Aber ob die jetzt wirklich bei der Bitcoin Main Chain dementsprechend erhöht wird, dass man dann sagt, ja wir erhöhen irgendwie im Sinne vom Halving oder irgendwie in der Hälfte der Blöcke vom Halving, also ich glaube 100.000 oder 110.000 Blöcke, jedes Mal den Block, die Blockgröße um 1 Megabyte oder so. Also das würde im Jahr 12 Megabyte, ach Quatsch, das würde jede zwei Jahre um 1 Megabyte erhöhen, das wären in 20 Jahren 10 Megabyte mehr. Das ist eine Möglichkeit, sowas zu skalieren. Aber einfach nur einen ganz, ganz kleinen Denkanstoß war das jetzt an dieser Stelle. Und hier John McAfee glaubt eben eventuell, dass Privacy-Coins einen ganz guten Vorteil haben. Ich sage es jetzt einmal so, weil ich es weiß, das sagt er immer wieder in Interviews. Und ich persönlich glaube auch natürlich, dass das, was er gesagt hat hier mit seinem, ihr wisst schon, war natürlich ein Marketing-Move, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Das war natürlich auch so, weil er jetzt ja als Präsidentschaftskandidat kandidiert. Aber ja, Bitcoin jetzt schlecht zu reden oder zu sagen, dass es nicht funktioniert oder was weiß ich, ist nicht okay. Und das ist auch eine Sache, die ich ihm ja nicht so gerne verzeihen möchte, aber natürlich trotzdem, weil er steht hier für diese Szene ein. Er bringt diese Technologie den Leuten näher. Er ist ein freiheitsliebender Mensch und das ist sehr, sehr positiv. Aber die Frage ist natürlich immer, ja, ist das, was John McAfee macht, richtig? Und Leute so zu verarschen, also ich glaube gerade wegen dieser Wette, weil John McAfee natürlich sehr einflussreich war und auch immer noch ist natürlich, ist die Frage, haben vielleicht wegen dieser Wette Leute Bitcoin gekauft, die ansonsten Bitcoin nicht gekauft hätten? Und sind diese Leute finanziell auf die Schnauze gefallen oder nicht? Und ich weiß es persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand wegen dieser Wette hier jetzt Bitcoin gekauft hat, Bitcoin dann gedroppt ist und diese Leute dann natürlich Bitcoin verkauft haben. Ich weiß auch nicht, ob diese Leute dann einfach schwache Hände hatten oder wie auch immer, wahrscheinlich schon, weil ich glaube momentan Bitcoin zu verkaufen ist nicht sehr klug. Aber alles kein Financial Advice, ihr wisst ja, alles nur meine Meinung. Und ich glaube auch, dass auf jeden Fall eventuell mal eine andere Blockchain Bitcoin vom Drohnen schmeißen könnte. Dementsprechend gerade Ethereum oder Cardano oder IOTA, wahrscheinlich eher nicht IOTA. Jetzt nicht, weil ich nicht an IOTA glaube, sondern weil ich einfach glaube, dass IOTA nicht so sehr wächst wie irgendwelche Smart Contract Plattformen oder wie auch immer. IOTA wird bestimmt ganz gut performen, glaube ich. Gerade wenn die Industrie so ein bisschen mit IoT ein bisschen mehr arbeitet. Das kann aber noch eine Weile dauern. Momentan sind wir noch nicht so arg vernetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Investment, sehr, sehr großes Investment und riskantes Investment in die Zukunft. Aber wenn es läuft, dann wird es wahrscheinlich sehr gut bezahlt sein. Aber weil es eben jetzt schon Bedarf an Smart Contract Plattformen und so weiter gibt und an Debs, finde ich, ist es eine ganz gute Möglichkeit, wenn zum Beispiel Ethereum Bitcoin ablösen würde. Ich sage nicht, dass es gut wäre, ich denke aber, dass es realistisch sein könnte, wenn es eben mit Ethereum 2.0 funktioniert. In den nächsten ein, zwei Jahren, wenn Ethereum 2.0 noch nicht da ist, wird es wahrscheinlich auch nicht passieren, um ehrlich zu sein. Einen neuen Bitcoin zu machen, also oder auch einen besseren Bitcoin oder den Bitcoin Killer zu erfinden, wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Bitcoin wird man so schnell wahrscheinlich nicht den Rang ablaufen. Genauso wie man wahrscheinlich Ethereum nicht so schnell den Rang abläuft als größte Smart Contract Plattform. Aber ja, der Markt entscheidet dementsprechend. Wir sind auf jeden Fall, oder ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich werde jetzt auch nicht wegen diesem Statement hier von John McAfee irgendwie meine Bitcoins verkaufen. Nee, die Bitcoins sind mir auf jeden Fall heilig. Da warte ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Wahrscheinlich werde ich sie nie verkaufen, sondern höchstens mal gegen irgendwelche Güter oder Dienstleistungen traden. Und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Macht euch also nicht zu viele Gedanken. Wir sehen jetzt blöderweise keinen Auftritt von John McAfee Ende dieses Jahres. Aber im Fernsehen, ihr wisst schon wegen was. Aber es ist nicht schlimm. Wer solchen Leuten, solchen Schreihelsen im Endeffekt die Beachtung schenkt, beziehungsweise alles aus der Hand frisst, alles pur glaubt, was diese Leute schreiben, der sollte mal lieber an sich selber zweifeln und mal glauben oder mal denken, ob das Ganze oder mal überlegen. Das ist, was ich sagen wollte. Ich sage viele Wörter, alle falsch. Der sollte mal überlegen, ob er vielleicht nicht allen Leuten blind hinterherlaufen sollte, ob das vielleicht nicht vielleicht besser ist, wenn man selber Gedanken hat, wenn man selber nachdenkt und selber eine Meinung sich bildet, um eben in diesen Themen ein bisschen intelligenter zu sein, unterwegs zu sein. Ja, das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Das war das Wort zum Sonntag. Alter, ich kann schon wieder absolut nicht mehr reden. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, heute, wenn ihr das Video gesehen habt, ging es wieder los mit dem Arbeiten. Nicht so cool, aber ist so. Hier Urlaub war schön, sagen wir es mal so. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass ich diesen Zwei-Tages-Rhythmus hinkriege, denn das war ja geplant für 2019. Dementsprechend für mich 48 Stunden, jede 48 Stunden gibt es ein neues Video. Mal gucken, wie es 2020 so läuft. Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao und bis bald.